Herzlich Willkommen bei Sailing Offline. Ich bin Thomas. Hier ist meine Offline, 37 Fuß Unabhängigkeit. 2020 bin ich an Krebs erkrankt. Wahrscheinlich konnte ich den Krebs diesmal besiegen. Aber mir ist klar geworden, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriere weiter. Frei nach dem Motto, wenn ihr das Leben Zitronen schenkt, bestellt die Kea dazu, habe ich meinen Job an den Nagel gehängt und bin aufs Boot gezogen. Das Ziel der Reise ist aber kein Ort, sondern ein Zustand. Ich komme an Bord und begleite mich auf meiner Reise. Buongiorno, wie der Spanier sagt. Herzlich Willkommen in Almerima. Kleines Delay, hier wollte ich immer schon hin, allerdings eigentlich vor zwei Jahren. Aber als ich 22 losgefahren bin, ist ja meine Bilskaya-Überquerung gescheitert, mangels Crew. Also ich wollte den Trip nicht alleine machen, drei Tage lang. Und hatte mir ja Freunde an Bord geholt, die dann aber leider an der Corona erkrankt sind. Und dann ist das schiefgelaufen. Naja, der Rest war eine Odyssee gewesen. Erster Winter Acaonia, zweiter Winter La Ligna Gibraltar. Aber jetzt bin ich endlich in Almerima. Und das ist wirklich ein besonderer Ort, weil in Almerima leben ganz viele Langfahrtsegler, Blauwassersegler an Bord. Überwintern hier zumindest. Manche bleiben auch das ganze Jahr hier, haben hier einen festen Liegeplatz. Almerima ist halt wirklich ein Ort, hier geht es wirklich um Segeln. Also du hast hier alle Gewerke, du hast hier eine Segelmacherei, du hast hier einen Mechanikurs, du hast eine große Werft, Krananlagen. Immer wenn irgendwas am Boot sein sollte, bist du hier gut aufgehoben. Es gibt hier eine sehr lebendige Segler-Community. Also es war, ich habe keine Ahnung, ich habe das Boot noch nicht mal richtig festgebunden gehabt. Da standen schon die ersten drei deutschen Segler neben der Offi am Steg und begrüßten uns. Was ich dann erfahren habe, gibt es mittwochs den deutschen Segler-Stammtisch. Da ging es dann in das Restaurant Al Gap und da haben wir uns dann mit ganz vielen deutschen Seglern getroffen und einen netten Abend gemacht. Und was dann noch dazu kommt, Almerima ist günstig. Also ich zahle hier aktuell pro Nacht 11 Euro, also 10,75 Euro glaube ich netto. Plus Mehrwertsteuer habe ich bei immer noch 13 Euro. Wenn ich einen Monat Liegeplatz kriege, nehme, dann bekomme ich auf die 13 Euro dann sogar noch 5% Nachlass. Also hier kann man wirklich auch immer ganz günstig einen Monat legen. Ich bin dann, ich bin überall, aber ich bin all right, ich bin all right. Ich bin überall, ich bin überall, ich bin all right. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind hier in Almerima fünf Tage eingeweht gewesen. Wenn du eingeweht bist, fängst du natürlich auch mal ein bisschen mehr an, nach dem Boot zu gucken. Und Uwe hat da mal in meinen Sail Drive reingeguckt und hat dann festgestellt, dass ich Wasser im Öl habe. Das ist ein schönes Licht hier, ne? Lohnt sich ja dieses frühe Aufstehen. Ja, lohnt es. Oh, Tiesa, Morgen, sieben Uhr, früh aufstehen, I like. Ja, wir sind in Kranborg, zwei Leute, guck die auf hier aus dem Wasser. Für Reparaturen, das erste Mal seit Wochen aufstehen mit Wecker. Boah, da steh ich drauf, Uwe. Ist auch genau dein Ding, oder? Du siehst aus wie das blühende Leben. Ich hab mich dran gewöhnt, ich hab mindestens bis 10 Uhr in der Kugel zu kommen. Ja, kenn ich. Ja, was soll man noch anders machen? Ja, seit man muss pipi, da muss man mal ganz kurz hoch. Da muss man mal kurz sich bewegen. Ja, ich hab mich dran. In front of me this whole time Don't believe I didn't see the light Count to death down in my eyes If you're not gone, I'm taking this aside If you don't stay, then baby wait me to tell And send me love With the words of a lullaby With the words of a lullaby Send me off With the words of a lullaby If I never see the light With the words of a lullaby 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 Here in Spain They put it first And then Three hours Nothing happened Exactly the same time There came the man The man who cleaned the boat At the same time The crane came to me To lay the mast And Rafa The mechanic Who wants the sail drive To bring the sail drive Is also At the same time I don't know if They are not I don't know Let's go With the words of a lullaby With the words of a lullaby With the words of a lullaby Hammer, Uwe Thomas, here you see the first Dichting You see? Yeah This is the first Here 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 Sail Drive ist ja im Meer, da kommt ja Wasser gegen und von der anderen Seite, was ist da drin, Uwe? Die gleiche Dichtung ist hier von der anderen Seite reingesetzt und da steht das Öl. Genau, da ist Öl drin, weil das sind ja Zahnräder, die miteinander arbeiten. Das heißt, die Gummis sollen verhindern, dass Wasser eindringen kann oder Öl austreten kann. Hast du das schön erklärt, Uwe? Aber das sehen wir gleich, wenn wir hier eben schnell die beiden Imbusschrauben losgenommen haben. Zieh mit da draus, dann siehst du das Getriebe und dann siehst du ja, wie das zusammengebaut ist. Dann kommt die ganze restliche Klappe raus, aber das sieht echt scheiße aus. Das war das Öl, das wir da rausgeholt haben. Das ist nicht gut. Du hattest das mal Quark genannt, ja? Das ist noch kein Reierquark, aber guck mal her, das ist doch nicht mehr ölig, das ist ja mehr wässrig. Ja, das war, ich weiß nicht, die Hälfte in dem Sail Drive Antrieb hier unten drin war quasi Wasser gewesen. Das heißt, wäre ich damit, wäre ich damit noch länger durch die Gegend gefahren, dann, guck mal, Uwe kann ja saugend super drunter stehen. Ich muss mich total bücken, wie ärgerlich. Richtig der Nacken. Deshalb wäre ich damit noch länger. Thomas, deshalb sollte man auch regelmäßig mal. Ah, Uwe ist gut. Ich will ja nicht. Also, das ist halt verschleißt, es ist halt verschleißt und der Thomas hätte auch mal gucken können, aber der Thomas war mal wieder zu doof zum Gucken. Ja, jedenfalls, das Problem ist, wenn da halt Meerwasser eindringt und wir haben den Öl-Meerwasser-Gemisch, dann ist die Schmierung nicht mehr okay und dann ist irgendwann die ganze Welle im Arsch. Ich meinte im Eimer natürlich. Und ja, dann wird es richtig teuer. Das heißt, das war der letzte Moment, um das noch festzustellen, das zu reparieren. Und ich bin glücklich, dass wir das jetzt hinkriegen und einen Mechaniker gefunden haben, der das M-M behebt. Die Welle ist raus, aber alles noch heile Glück gehabt. Was denkst du, wie viele Stunden wird das halten? Lass? Ah, das ist auf viele Dinge. Auf viele Dinge. Normalerweise bin ich auf dem Flugzeug und ich benutze das Auto. Oh, aber der Propeller ist auf dem Flugzeug? Nein, nein, ich gehe zurück. Okay. Ist das ein Problem, weil viele Leute die Probe laufen lassen, während sie fahren? Und ist das ein Problem für die M-Maintenance? Oh, es geht wieder auf den Geer-Box. Denn einige Geer-Boxen arbeiten mit der Öl-Präsie. Okay. Und wenn du es im Jahr machst, aber es ist nicht genug der Öl-Präsie. Ja. Es wird nicht in den Jahr engagiert, aber es wird halb engagiert. Ja. So kann es die Klatschen machen, um zu schlafen und zu bemerken. Prämlich. Oh, wie passt das noch? Robert Fitz. Ich würde es mal sehen. Es wird pro reich. Oh, wie passt das? Oh, wie passt das? Oh, wie passt das? Der ganze Scheiß ist sowieso zu teuer, das habe ich mir gedacht. Dann mag ich jetzt auch direkt mal eine neue Opferanode rein. Hör mal, Uwe, erklär du mal der Leute, wofür ist die Opferanode? Bitte? Wofür ist die Opferanode? Du siehst aus, als ob du gerade aus der Kneipe kommst. Das ist der Sail Drive. Die Opferanode opfert sich im Seewasser. Ist das Korrosion oder ist das ein anderer Spurgang? Zugunst der Sail Drives, das wir hier unten weg haben. Also wir rotten die Opferanode weg, dafür bleibt der Sail Drive ganz. Ist das denn Korrosion oder was ist das für ein Prozess? Also Korrosion. Ja, Korrosion. So, also Opferanode. Besser Opferanode als nur der Sail Drive. Ich glaube die Opferanode kostet 60 Euro, der Sail Drive 3000 Euro. Dann lieber die Opferanode. So, Rafa erklärte mir, dass sein Job ist das gleiche wie ein Doktor. Die einzige Unterschiede ist, dass er seine Hände nach der Arbeit hat. Der Doktor hoffentlich bevor der Arbeit. Ja. Hoffentlich auch später. Hoffentlich, bevor er zu dem nächsten Patienten kommt. Ja. Ja, erst mal Finger im Po in Mexiko und dann den nächsten Patienten mal schön die Hand schütteln. Ne, Uwe? Ja. Aber das sieht er schon wieder mit der neuen Opferanode. Die Zinkanode, ne? Erzähl die. Naja und die schützt ja wohl auch die Schraube, die Opferanode, weil die würde ja sonst auch roten, ne? Das Gummigammelt so weg. Sieht schon wieder fast aus wie ein Segelschiff, also wie ein Seldrad-Segelschiff. Und der Vorteil ist jetzt, wo alles hier gemacht ist, wo der Propp auch wieder einigermaßen sauber ist, machen wir gleich wieder einen harten Knoten mehr. Mit den ganzen Seepocken da drauf. Das Bremszone, ne? Ja, gut, aber ich brauche die Maschine ja auch relativ selten. Ja. Ich mache ja mit meiner Maschine quasi nur Hafenmanöver. Es ist ja ganz selten, dass ich die mal unterwegs anwerfe. Thomas, der Hardcore-Segler. Ja, es gibt keine Bedingung, wo ich nicht segle. Zu viel Wind, zu wenig Wind, egal. Die Lappen werden ausgepackt. Und dann wird gesegelt. Und wenn es Monate dauert, bis man ankommt. Wer anderen so hart beim Arbeiten zusieht, hatte ich jetzt auch mal ein Bier verdient. Faszinierend, Raffa passt saugend in den Motorraum. This is a doctor's work? Yeah, sometimes it is. It's for gynecologs, what is gynecologa auf Englisch? I wish it was. Yeah, I need some time, it runs slowly. Yes, slowly. Heute gibt es Antifauning. Baustelle ist eingerichtet mit Musik. Und da steht die Offi. Die Hände sind auch schon schwarz. Und da steht die Offi und wartet, dass sie wieder hübsch gemacht wird. Und Uwe ist auch schon im Arbeitsmodus. Und klebt die Manschette vom Sale Drive an. Ich gucke jetzt mal. Ich höre jetzt noch eine Runde Bob. Marley. Dann lege ich mich noch mal hin. Und dann warte ich mal ab. Wieder geht der Dach zu Ende. Da war echt eine Plackerei. Also, die Offi ist wieder schön. Antifauling ist neu. Hier im Sale Drive ist auch alles repariert. Da habe ich schön Antifauling drauf gesprüht. Nieselnagelneue Opfernoden. Ja. Geil. So sieht sie aus. Unsere Offi. Irgendwann muss ich mal jemanden finden, der mir das Boot poliert. So. Und hier. Am Mastop haben wir auch fleißig gearbeitet. Er hat einen schlechten Funkempfang. Und haben hier eine neue Antenne drauf gesetzt. Da ist Toplicht bei einem Eimer gewesen. Der Radareflektor ist neu. Und den Windex. Die Windfahne. Haben wir auch neu eingebaut. Ricks sieht so weit auch gut aus. Das heißt, morgen. Dann die Offi. Wieder ins Wasser. Schwimmen, Morfie, schwimmen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017